So langsam macht es Spaß mit drei Zeiten. Hey, kannst du nicht verstehen, wie es hier so ist? Ist es manchmal da draußen, wie eine große List? Du wirst vielleicht verraten von deinem besten Freund, den du lange Jahre so vertraut warst heute. Kannst du es verstehen, warum wird alles so teuer dann? Wieso muss man jetzt für die Heizung noch mehr bezahlen dann? Wieso läuft der Strom jetzt anderswo und teurer dann hierfür? Ich glaube, hey, es reicht schon auf eine andere Tür. Ich kann's nicht mehr verstehen, nicht mehr verstehen. Was wird denn hier, was wird denn hier noch so geschehen? Bargeld wird bald abgeschafft, dass es hier und da nur so mal kracht. Und dann hast du ein Kartenleben. Oder du zahlst mit dem Handy dann, du hältst nen Code dran an das Plan. Gehst du dann einkaufen hier von dir und auf einmal kommst du dann auf die Bank bei dir. Es ist kein Geld mehr drauf. Oh Scheiße, wach mal auf. Es ist kein Geld mehr drauf. Was machst du dann? Bargeldloses einkaufen, hey, das ist schon wirklich geil. Es ist so wie ein neuer Zukunftspfeil. Aber pass bitte auf. Ja, pass bitte auf. Sonst geht dein Geld flöten und du gehst bald drauf. Denn es gibt auch Zeiten, du wirst es dann auch sehen. Und manchmal wirst du vielleicht sogar hier und da noch mal was verstehen. Du bist eine Marionette von ganz oben dann. Denn die in der Regierung, die nehmen dich da oben mit zwei Hintern. Sie lassen dich nur machen, was sie für richtig halten hier. Und wenn du in die Hose machen sollst, dann schicken sie dir in den Päckchenwindeln hier. Du bist eine Marionette, brauchst du das denn noch nicht hier? Sie machen mit dir da unten, was sie wollen dann hier. Du kannst das nicht verstehen. Das muss auch gar nicht sein. Denn für die da oben in der Regierung bist du ganz klein. Das muss auch gar nicht sein. sind ja da oben. Da oben Zu vasst du schon, Aufersteh Ex Bin.